was geht youtube und herzlich willkommen zu 23 episode roto commander dabei ist heute noch einmal der snacks was geht ab leute hier ist wieder euer snacks tv ich bin homosexuell seit dem jahr 2004 so freunde ja da halt stand schmerz wir spielen heute mal ein modus der wird noch gar nicht vorkam bis jetzt und zwar abschluss bestätigt ich pack mir die typ ein so leute abschluss bestätigt ist ein modus da könnte man also da hat man wenigstens genug zeit für nuclear tdm ist ja so und ich meine ich habe sein tdm auch neulich eine gemacht aber da brauchst du halt zeitlich perfektion war es in der folge 15 können sogar echt so in dem bereich sein ich habe noch keinen gegner getroffen ich habe auch noch kein gespottet aber jetzt gleich zwei gespottet wo krass der ist gut hier der gefällt mir steht aber mit der k40 rum und das ist stabil jaja das ist ein ehrenmann digger ein ehrenbaron der die marke nehme ich mir mit stop stop habe ich gesnackt nimmt die marke ich will die scar haben wo ist denn die scar warte ich habe leider noch keinen winkel auf den jetzt habe ich den winkel der hat glaube ich auch eine scar gehabt hier hast du eine scar ja was hast du für aufsätze digger du und nehme ich dir ja warum was habe ich nicht du nicht du der gegner digger ich dachte schon gerade alle hier auf beleidigungs teil ist aber nicht nicht ganz moralisch von dir mein freund nein ich bin da und kurz vor wie man sein bvb zeichen ist nicht die feine englische art wie man so schön sagt oder die gar alles klar noch schönes line ab jungs ihr seid die besten be2 make so much fun i make i made a triple spray i make you sexy.com digger oh mein gott ich rasier die gerade wirklich krass so ich bin ganz kurz vor obi und dann hätte ich auch direkt mp also ich jetzt einfach nur schlau spielen warte schnell kletter 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 jetzt schnell nein er war noch einer hier oh mein gott ich hätte mp gehabt oder das timing belastung kubelbeste ist hier so wichtig einfach weiß wie ich die ersten level bis 33 geheult habe jede jede folge habe ich geheult oder du kriegst in c4 egal was du machst eine halbe sekunde hätte ich später gezündet hätte ich ihn gehabt man ich dachte er wäre tot jetzt immer noch da in der mitte ich muss schnell weg deswegen ist die typ ist halt überhaupt nicht gut für entfernungskämpfer hast du uns gar die waffe habe ich habe ich habe es klar war kriegt man nichts gar 48 40 40 schon also nicht mehr so lange ich hoffe so in 34 folgen habe ich die dann monizie xp hc4 kills auch in der lobby fehlanzeige du bist ein ehrenmann dahinten mann du gefällst mir das eine ehrenbaron der mtm 27 ok drohne habe ich wieder nein das verstehe ich nicht wo er hat da hinten gekämpft man an sich ist ein ganz nice lobby aber ich weiß nicht ja an sich ist das schon eine geile lobby an sich also an sich jetzt bin ich da und ne komm her der hinten ist nämlich afkar deswegen kann ich es so machen wo also dies gar mit schnell ziehen ist ja auch unermal krass schnell ziehen schallen verschafft alter falter habe ich sie kurz das auto weggebratzt ja okay das war da habe ich ein bisschen zu heftig hochgepokert oder ich möchte dass die gegner genau so auf der karte angezeigt werden mit der drohne genauso und nicht anders ja gut in bio 4 werden sie ja gar nicht angezeigt ich weiß nicht wo mein hund ist keine ahnung der hat mich gelasert also scoops hat mich gelasert ne schwarz okay das heißt er kommt safe hier oder ist jesus christus okay er ist hier gekommen gegner statt blitzschlag nein verbündeter blitzschlag oh mein gott ich habe ihn gerade noch geholt ja so team jetzt die konter drungen geilen das echt ich sterbe wieder 1 vor ich werde auch komplett zerstört diese folge ich weiß nicht man und die gehen das nicht mal gut also ich melde die schon gut manchmal jo jo werft alles bitte wie er jetzt wirklich noch mal hinterher gesprungen ist feindliche drohne ich habe noch nie im bo2 geist benutzt aber ich auch nicht ich glaube ganz ganz am anfang als das spiel gerade neu draußen war ich habe noch nie so viele waffen in einer runde aufgehoben ohne scheiß ja du willst ja halt eine gute waffe haben ne ja was mit der m 27 die ist auch ganz gut ja die spiel ich auch letzten folgen habe ich viel m 27 gespielt oder mta gerade eigentlich mit der m 12 16 shotgun so bababam bababam oder dahinten kann ich einen lasern oh ja kann ich kann nicht hallo freunde hallo mein schatz ich liebe dich du bist die einzige für mich hast du mir die markt gelassen die für orbi kommt der runter ja ich glaube der kommt runter bisher not aber egal ok jetzt 1 2 orbi soweit ich das berechnet habe ok das müsste eigentlich ein saver orbi sein an sich ja dinge aha ich habe ich habe zum glück das war so ein so ein fehler ich habe mp noch bekommen es war so ein fehlmann der ja das wäre eigentlich ein three piece gewesen wenn meine waffe meine m 26 hat einfach nicht geschossen obwohl ich zu vor zwei gegnern stand ok da kann ich nichts machen es war einfach dumm man die gegner haben gar keinen respekt mit die tryouts und gehen nicht raus bei mp wer gibt sich denn eine runde wo der gegner mp hat an sich keiner alles hat er auch noch überlebt wie viel hat er gerade geschluckt unser teammate wurde gerade absolut weg gemeldet der arme tut mir ein bisschen leid hat dann habe ich selbsthilfe bekommen mein gott der fallschaden bekam aus einem meter höhe das hat zu sehen müssen ok 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 her geht es hier bis hunden bis bis 100 geht ab und das ist ja echt heftig alter was achso der teammate hat den geholt ok jetzt aufpassen das wäre jetzt einer mit der b23r gesnipet ok hab orbi der kriegt es so der kriegt so remington oh mann fishman super seier jinn alter wirfst du eine dreckige es mine dahin alter richtig ehrenloser alter oh geil der wird so shotgun kassieren ja man ja vor allem das geiles ist wenn du immer den typen der selber shotgun spielt mit einer shotgun holz das ist das befriedigendste gefühl was es jemals gegeben hat ich habe ihn so gebetet für dich digga so gut ja du musst es ihn nur noch so er war so konzentriert auf dich digga er hat sich schon hingelegt man war schon ready to get you know ok die runde die runde war stabil digga ja jetzt ist die lobby auch gut genau jetzt ok nice da können wir drinnen bleiben so jetzt digga wie lange das jetzt gedauert hat bis die try jetzt endlich rausgegangen sind übrigens nicht hingucken beim ersten schuss habe ich mir irgendwie wobei eigentlich war der schon drauf eigentlich war der drauf digga der war eher nicht drauf uuuhh macht er so digga so in den rücken uuuhh er hat sich vom ferns ja so erschrocken digga aber einer von hinten kam richtig zusammengezuckt geil hat dann auch diesen angstschrei gemacht ja ich weiß das war zufall machen man dies gar ich habe sie ich bin richtig greedy digga nidi ich heb sie die ganze zeit auf wenn eine chance darauf besteht katana wobei wir kommen jetzt machen wir mal hamre mit schallen verfreunde weil dann das ähnlich ich weiß mal auf kugelweste ähm ich glaube ich nehme mal die m8 digga die fal ist auch stabil meinst du die ist auch stabil fahl ja normal digga ich weiß ich hab auch eine richtig geile fahl folge gemacht so geil man das ist einfach so oldschool diese videos zu machen man konzentriert sich so auf alte waffen und macht dann darüber im übrigen von den punkten sehr faire teamaufteilung bleib doch einfach so man naja papi war nicht gut papi war nicht gut das ist eine gute so ist die aufteilung gut papi ist ein keck gewesen ja klar keck am stil aber trotzdem ich müsste gleich eigentlich mal wieder gassi gehen das vierte mal heute angetrunken snipen feed bars da habe ich nach dem dart zu mir eine folge aufgenommen mit sagen wir mal hunderter prez da kommt der trash kings blitz hier noch ins gegner team da habe ich mich dann doch nicht er kurbelt noch digga er kurbelt noch er hat noch ein bar er so mein gott ich will in die lobby er kurbelt so digga lauf schneller ja so ist das wirklich digga das haben wir das frise und ich hab immer gesagt früher wenn split screener disconnected sind ist das kurbel abgebrochen oh nein hier drin hab ich escalation geholt zum klatsch kill in celos ja ich glaube ich hab das live geschaut boah die hamre ist so lächerlich wie schnell sie killt boah ich hab so verhängt grad weil das so ein bisschen sieht die hamre ja aus wie eine skar ja das ist ja die skar in dingens form lmg-form neinst du? hamre 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 mhm da oben ist einer das ist so eine lobby da findet man die gegner nicht weil die split screener sitzen eh irgendwo in der ecke kurbeln um ihr leben mhm mhm einer kurbelt einer spielt die prestigemaster split screener natürlich bruder ich du willst deinen sold dann bewegt dich boah ich hab sowas ich hab das so vermisst i got a ua way man ua v drone inbound ua v drone alter drönschen mhm willst du mich jetzt diskriminieren oder was nö nö mhm 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 Bleib hier, ja. Drohne. Aha, jetzt gehört er auf jeden Fall mir. Es gibt keinen unfaireren Spot. Konto, Drohne, Drohne. Dann lass mal, also wir beide, lass mal jetzt keine Marken einnehmen. Okay, okay. Nimm du ihn dir. Ich dachte, er holt mich der. Ich dachte auch, er holt dich ohne Scheiß. Da wär ich aber... Ich hatte richtig Angst. Digga, das war ein Kill. Ich dachte, das wär ein Assist, weil er so schnell kam. Digga, was machst du denn? Okay, der hat ihn sowieso. Nein, der hat ihn wirklich geholt, ich glaub's nicht. Oh mein Gott, nein, Digga, ich hab grad OB gekriegt und ich... Er hat Timelack. Er hat Timelack. Er hat an Lucky, Digga. Got you, skrupellos, aber ich müsste jetzt auch schon... Leute, wo ist der hergekommen? Der ist einfach hinter dir erschienen, Digga. Digga, ich... Ich hab mich auch gefragt, Digga. What the hell, man. Digga. Ich kann's noch schaffen, man. Ich hab grad ne gute... ich hab nen Zornabschluss gemacht. Ah, ich muss hier lang gehen, auf jeden Fall. Ah, ich kann's auch noch schaffen. So ist es nicht. Einfach die schnellste Nukleare meines Lebens machen jetzt. Ah, Taktikeinstieg, deswegen. Oh, Digga, das war heftig. Okay, warte ich... Ich glaub ich schaff's, ich glaub ich schaff's. Okay, come on. Digga, ROXFELL ist ein richtig ehrenloser Schmuck. Brutal. Ich bin so riskant, grad ich renne so über den Zug. Ja, ich... ich muss auf den spawnen hier spekulieren. Nein, er holt mich... ROXFELL holt mich zweifahrnuklear. Oh mein Gott, du ehrenloser kleiner Hund, alter. Ich hättest so easy runterspielen müssen. Oh Gott, ist ein Herz dritt... Ich hättest ganz anders machen müssen. Das sind 3... 3-Piece? Ne, 2-Piece immerhin. Nur einen krieg ich wohl. Ach so, Digga, es waren ja... Es waren ja erst... Oh mein Gott, ich hab die ganze Zeit auf 75 Punkte spekuliert, Digga. Nicht auf 100, oh mein Gott. Nee, Mann, auf 100, alter. Ich... Deswegen sag ich ja, wenn wir jetzt... Normalerweise gechillt spielen keine Mark mehr, egal, weil wir sind... Dann war's das. Dann kriegen wir trotzdem beide noch ne Nuklear. Mann, das ärgert mich jetzt wirklich grad. Ich hab das erste Mal seit langem das Gefühl, dass es mich richtig ärgert, dass ich die Nuklear nicht bekommen hab. Weil... Ich hätt sie... Ich hätt einfach nicht so hart... Ich hab ja alles gechallenged, Digga. Ja. Ja. Ja, du dachtest so everything or nothing, ja. Hm. Der eine AFK-Typ gefällt mir, weil der ist... Der ist ja irgendein. Der gehört halt zum Splitscreen, deswegen wird er nicht gekickt. Digga, die Lobby ist... Panzer-Killer-Runde, hab ich verstanden. Die Lobby ist so heftig. Oh, einen geht zum Ammo. Da, wer Typ explodiert ist. Digga, die Runde macht mir grad so heftig Spaß, ne. Wirklich, so heftig. Ich kann das gar nicht... Ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie viel Spaß mir die Runde macht. Du verpiss dich hier vom Eingang, Junge! Da hat das einer reingejoint. Klo-Bürste 3000, der um sein Leben schwitzt. Ja, der wird's schwitzt. Oh mein Gott. Hab Orbi. Und bin tot. Auf einmal hat der gutes Aim, der Splitscreener Keg. Nein, ich vereime. Oh mein Gott. Den Free... Den Gratis-Kill nehme ich nicht mit. Wie er ihn weggemacht hat mit dem Totenbringer, Digga. Ich kann's nicht glauben, wirklich. Wieso Nuklear, Mann? Das war ne safe Nuklear. Wenn man da keinen Fehler macht. Hm. Ja, ich hatte auch irgendwie 20er auf jeden Fall. Aber hab dann auch gechokt, leider. Aber die 6000 Punkte, vielleicht bin ich ja Level 37 nach der Runde. Oh, wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Okay, heftig, Mann. Okay, krass. Ich kann mich gar nicht erinnern. Das waren ja zwei Runden. Ja, Leute, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Checkt auf jeden Fall den Nextkanal ab. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.